Autsch. Da ist auch nochmal ein Stein. Hau auf. Und da. Ja, muss ich wohl oder übel da hinlaufen. Das schmeißt aber mein Plan jetzt komplett über den Haufen. Das ist echt hoch. Da ist wieder so ein Klepper. Die sind ja mittlerweile kein Problem mehr. Das ist doch mal ein Service. Direkt vor der Füße. Brauch mal nur einsammeln. Irgendwo muss der Steinhaufen sein. Jetzt sag ich, das ist der Steinhaufen. Äh, passt. Der muss hier auf der anderen Seite sein. Oh, oh gut. Hm, ich brauch nicht alle. Aber, äh, da rein. Ne, Crafting. Wegen Inventar. Ich muss nochmal einen Stein schneiden. Oh, krass. Jetzt ab zum Fein. Oh, krass. Feinchen habe ich die in der Nähe von ne... Die wird immer besser. Der ist doch unterwegs zu meinem Schwein. Es gibt nichts. Hä? Nein, natürlich. Ich bin nichts mit. Was ist das? Ich bin ein Steinhaufen weil. Oh, Mann. Ich bin kein Schatz. ... ... ... ... ... ... ich bin auch ein bisschen über das mal rausschmeißen das mal rausschmeißen um das doppelte der wieg nur drei kilo kann ich mal noch nicht laufen einmal ab nach oben so 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 wie viel denn überladen kaum an geht Okay. Okay. Mhm. 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 Oh. Oh. Okay. Hm. Oh. 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 3 St� zu schlafen 3 St� 2 St� 2 St� 1 2 1 2 Ich kann mich ruhig machen. Was es immer bringt. Erhöht den Sonnenschluss. Schuss. Brauche ich Bier. Bier. Wenn wir den Blätter umhangen, brauche ich 5 von den grünen. 1 2 3 4 So gerade. 5 Ich habe gesehen, ich ziehe die dann auch sofort an. Ja cool. Ja, dass ich mich selber gerade nicht sehen kann. Hui. 4 4 5 5 5 5 6 6 Ach komm, nehmen wir ein bisschen damit. Bin schon dran vorbei. Oh. Oh, das sieht aus wie ein Liaden. Geht. Geht. 26 Tage braucht der für neu. Das ist ja wie ein Puffergei. Naja. Da war eine Klapperschlange. Habe ich noch gehört. Aber. Ich habe keine Lust auf Klapphandelschlangen. Da habe ich noch eine Klapphandelschlange. Dann mal Siebersteine brauche ich. Da sind das schwimmen, aber da habe ich noch eine Klappe. Ich werde das schwimmen. Da schreien ich noch. Drei. Drei. Ja, ich würde es mir zweimal überlegen, da hinzurennen. Da ist mein Bett. Das war ja eine kurze Tour. Hey, wir haben jetzt Lianen. Ja, ich werde erst mal verbesserte Waffen machen. Ich brauche dafür Streicher. Hier mal Steinchen sammeln. Ich brauche das. Was war das? Dein Hauf da. Da ist er. Da ist er voll. Wie viel denn voll? Ich brauche ihn im Moment nicht. Ich brauche ihn. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020